...woll ich mir auch gerne zu bewegen. Nicht so, äh nicht anders, nur so, echt. So, also selbst er hat einen Nachbar, er macht... Sie machen Damage, Damage, Damage. Ich... nein. Aber... ...sie... ...braucht unheimlich lange... ...sie... ...nach da. Wir haben jetzt... ...60 PS... ...60 PS, das macht doch schon 3-2-2-2-2-2-2. Wenn wir uns das mal anlegen... ...und gehen wir hier nochmal in einen Rundsprozess... ...den wir brauchen, aber auch nicht zu viel. Man, immer diese Map, ey... ...wir sind verflucht, Leute. Nein. Wir brauchen... ...weil sein Brust... ...de... ...warte... ...und zwar... ...warte. Das haben wir ja sowas... ...oder... ...jaja, wie gesagt, was kann ich jetzt noch reden? Ähm... ...ja... ...ich hab jetzt sogar GTA 4... ... und andere Games umgelegt... ...nur... ...es braucht seine Zeit... ...bis wir sie nicht anfangen. Denn wir haben noch Spiele, ich habe hier noch Spiele aus 2004 und 2005 verliehen und ja. Wir fahren jetzt gleich mal nirgendwo hin, sondern ein bisschen ein... Oh ja, man merkt die PS ja irgendwo deutlich. Haben wir gehört, bleiben jetzt mit dem Handy. Schön, selbst aber besser. Oder zumindest nicht so weit vor einem Jahr. Ich habe das Gefühl, als wäre die Musik... . . . Ich hab das Geld gekriegt. Oh, naja. So. 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 Oh, die machen sehr viel Druck, sehr viel Druck Das wird sehr bitter, sehr eng Ich habe es bei mir schon Entweder, oder? Ja, aber ich habe es nicht nur noch Ich habe das diese Bedeutung Der ist das Bedeutung Das kommt einfach mal auf der Seite In quality In bestimmten Moment In 1, 2, 3, 2, 5 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hoffe, dass wir alle sind. Mega schnell zu bezahlen Das war zu viel Ja, das war zu viel Aber naja, wie gesagt Aber jetzt schon Sehen können wir gleich GEMA GEMA Ja GEMA GEMA Oh, aber So war das ein Feist bei Jetzt bin ich aber Ist das hier eine Feinhaus Kann ich mal haben? Egal Also Ah, ich glaube Ich mach hier noch mal Ich nebte weiter Ja Allerdings Auch das Wort Der hilft Ähm Ja Dum 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 Lade schneller So, zack Geht sofort weiter So Dann haben wir So Und So Hier So Ich mach mal So Allerdings Auch das gleich Und zwar Machen wir Mal Eine Runde Sehen wir Mal Mal Was brauchen wir denn hier noch alles? Ein Beschütz Mhm Gehen wir noch mal ins Gefecht Ja Ich hab jetzt mal die müssen ganz aus Denn ja Wir reden jetzt mal ein bisschen intensiver Ja Kann nämlich diese alten Ja Alteingesessenen Panzer Kommen natürlich wieder hin Das ist ja auch wieder Ne Ja Und ja Wie gesagt es wird jetzt auch immer ein Donnerstag Also jeden Donnerstag Von 18 Bis 19 Eine Leistung Kommen Wo Ihr auch mitmachen kommt Wenn ihr wollt Müsst euch einfach nur bei mir melden Also schreibt am besten da ein paar Videos einen Kommentar Oder eine persönliche Nachricht Oder eine E-Mail Oder eine E-Mail An einem E-Mail Das ist für 100 LP Oder So dass sie es eben sehen So jetzt nochmal schießen Das war wieder kap Naja Ja Ja Wenn wir ja Ey Jetzt will ich wieder so ein tun Oder Ja Ja egal Ähm Wie gesagt Wie gesagt Ja egal Ja, 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 die... Gut, hier stehen natürlich auch noch... Das ist halt meist gut. Wir sehen uns noch ein paar Teile. Daher kommen sie jetzt oder kommen sie nicht. Nice fall Noch back in VAC Es hier almost Ja, hier wird schon einiges betrunken, wie er... So, wie gesagt, es wird es auch immer so sein, wie eben, das ist ja angekündigt, das darf man ja gleich zu ihm sein, jede Woche. Und ja, dort werden Spiele kommen wie World of Tanks, Minecraft, Battlefield 3, Terraria, GTA und die ganzen Spiele. Ich wusste mal erst auch noch, denn ich mache das ja meistens mit Google Hangouts. Wenn wir Google Hangouts machen, die Spiele, die im Vollbild sind, nicht, sondern mit Google die Spiele, die eben nicht im Vollbild sind. So, und dann würde ich das jetzt hier, World of Tanks im Vollbild muss, auch im Google eher das nicht machen. Genau. Genauso will ich...